Hi Leute und willkommen zurück zu Bayonetta 3. Wir haben das letzte Mal hier wieder so ein komisches Trampelfiech. Und auch dieses Mal wollen wir das besiegen. Wir haben gemerkt, mit diesem Dart-File ist das ziemlich nice, den runterzubomben. Abstand gewinnen und weiterwerfen. Wow, was kann ich denn für kleine Radien laufen? Ach, kaum, muss glauben. Die geht gerade voll ab. Bring it on! You got it! Bring it on! Bullshit! Wow, was? Alter, hat er mich jetzt maximal getroffen? Wow. Hätte er mich jetzt nicht mit allen Raketen getroffen? Hätte das sogar funktionieren können. Das war ja, wow, mega übertrieben. Ja, ich weiß, wir sind schlecht. Da kommt mit Cheshire halt nicht ganz klar. Bring it on! Bring it on! Set him! Bring it on! 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 Come on! Let's go! Come on! Wow! Time to shine! Bring it on! Bring it on! Bring it on! Bring it on! Come back, Chesh! Woah! Nein! Woah, so nice. Bring it on! Can I come to the side of the link? Oh, you big C! Hang on a minute! Wieso trifft er mich? Ich versuche auszuweichen! Du verstehst halt nicht, warum er mich trifft. Bring it on! Bring it on! Bring it on! Boah, was? Nee! Oh, das Ding übernimmt mich einfach. Übertrampelt, wollte ich gerade sagen. Das gibt es doch nicht. Ja, ich weiß, wir haben schon maximal verloren. Probieren es aber weiterhin. Maximile Abzug. Ich weiß. Bring it on! 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 Es laufen tatsächlich besser bei den Dingern. Der ist hier! Der ist hier! Der ist hier, Cheshire! Der ist hier! Der ist hier! Aber wenn man schneller Oh mein Gott Ja, kann sich schnell laufen Boah, die trifft mich aber auf die Sau Das Ding Das gibt es nicht Wow, wie oft er mich einfach trifft Ich weiß nicht, wie ich dem vernünftig ausweichen kann Heftig Wow Wieso trifft er mich andauernd? Ich bin doch gefühlt Da habe ich mich definitiv getroffen Jetzt schon verloren Wow Warum ist der so schnell Fühlt renner genauso schnell wie ich Da macht er sowas Heftig Bring it on 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 Nein! Oh mein Gott. Autsch. Oh, jetzt habe ich nicht mit einem Laser gerechnet. Ich weiß nicht, dass ein Treasure greift ihn an und kann ihn ablenken, aber das tut er irgendwie nicht. Irgendwie tut er das nicht. Oh. Ich steige jetzt mal ein drittel Leben weg. Gott. Wird es jetzt nicht mehr geblockt? Bring it on. 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 All you, Big D. Wieso blockst du nicht? Ah, ich hab ein Treasure draußen, dann will sie plötzlich in der Blattung. Das hat sie gleich auch gemacht. Bring it on. Bring it on. Bring it on. Ah, ich bin so gut wie toll. Das Ding ist viel zu riesig. Heftig. Heftig. Ich will da hingucken. Nein, geh hin. Wow, hat sich überhaupt nicht gelohnt. Kann man auf der Weg sich mal zum Boss? Deswegen hab ich gerade die Heilung nicht gefunden. Aber nicht so richtig. Ich kann nur mit Verteidigung nichts machen. Oh, wow. Oh, wow. Ne, ist schon wieder tot. Das gibt's doch nicht. Du musst doch totkriegen ohne Heilung. Versteh ich nicht. Du musst doch nicht. Heftig. Meine Güte. Ja. Bring it on. 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 Do you have to go to the bleed. You made it the blood movement? I have to go to the bleed. Take it down. Bring it on. 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 Oh Gott, das glaubte ich dich nicht możnen. Okay? Genau! Komm mal, Chess! Bring it on! Bring it on! Bring it on! Bring it on! My turn now! Oh, ich darf aber jetzt den Blick da ran! Bring it on! Bring it on! Ich weiß nicht, was er hier gerade tut, aber es ist gut für uns. Bring it on! Bring it on! You got it! Bring it on! Bring it on! Bring it on! Over here, Cheshire! Bring it on! Bring it on! Time! Time! Bring it on! 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 Komm schon, lauf! Na komm! Ah, ist er wieder über uns! Dann ist er wieder raus! Ich bin lieber im Block geblieben! Komm schon, Cheshire! Machen wir jetzt platt! Na, endlich! Er hat ihn! Boah, das ist ewig viele Versuche gedauert! Es tut mir leid, ich war schlecht! Boah, das war ja ultra heftig! So, kriege ich jetzt irgendwas auch dafür? Oder habe ich es einfach nur als Bonus quasi geschafft! Ist hier wenigstens noch irgendwas, was ich finden kann? Guck mal, das ist! Keine Ahnung! So, hier kam ich jetzt her, ne? Ich habe jetzt ein bisschen Heilung! Okay, wo geht's da jetzt hin? Okay, wo geht's da jetzt hin? Oh, das ist der richtige Weg! Kam jetzt eigentlich nicht so vor! Hm, keine Ahnung! Oh! Das ist optional! So, er fliegt! Oh! Anderst auch nochmal! Hm, nicht so richtig! Mein Problem ist gerade, ich weiß nicht, ob das hier optional ist! Sieht gerade nicht so aus! Sieht aus, wenn ich da rein muss! Ah! Ach, Shit! Der andere wächst auch so richtig aus! Wo gehst du jetzt hin? Ah, reicht doch nicht! Komm schon! Jawoll! Ah, war der erste! Schön! So, ist das optional oder ist der andere Weg optional? Ich geh lieber nochmal den Weg hier lang, um zu gucken, ob das richtiger aussieht! Ich weiß es auch nicht! Hm! 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 Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass... Der Weg, der uns am Anfang gezeigt wurde! Der da! Der sah irgendwie richtig aus! Der da! Ja, das sieht richtig aus. Wir gehen, sorry, wir gehen nochmal zurück. Zum anderen. Ah, ich weiß es auch nicht. Wenn der andere jetzt richtig ist, dann stehen wir doch da. Kein Eingang. Ich hätte aber auch eine Ausdauer, die Frau. Oh, das hier hätte ich auch übersehen. Ne, hier ist nichts, gut. Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass das hier optional ist. Weil da, wo Rudin ist, müsste eigentlich der Hauptweg sein. Wenn der Vogel hier auch schon ist, dann gehe ich davon aus, dass es optional ist. So, dann machen wir erst das da vorne. Und dann gucken wir mal, was das da ist, warum es da so leuchtet. Wow. Ich bin schon tot? Was hat mich denn jetzt getötet? Ich bin voll live. Jawohl. Oh, ja. Oh, ja. Das Schild bringt ja auch nichts. Jawoll. Aha, sogar Platten diesmal. Schön. Irgendwann wieder 7000, da können wir uns das andere Outfit auch noch schnappen vom Bajoneta. So, was haben wir jetzt hier? Nichts. Warum leuchten die denn so? Ich meine, es ist gerade runtergegangen, wo die Schere gewonnen sind. Das sind Wätser. Bis zum nächsten Mal. Was kann ich denn hier rauf machen? Was ist nicht, was ich hier rauf packen soll? Was ist nicht, was ich hier rauf packen soll? So, ist das Gewicht wahrscheinlich weg? Aha, jetzt sind wir hier schwerer. Ah, okay. Verstanden. Ah, so, ich hab einen Lutscher gekriegt. Gut. Jetzt geht also nicht kaputt. Ich rauf einfach mal hoch. Ah. Ah. Ah, frisit. Okay. Shit. Nein! Ach, shit. Ist das wirklich nur ein Ausgang, oder? Doch, sieht noch ein Ausgang aus. Ich hab mich da oben gerne noch ein bisschen umgeguckt. Okay, gut. Was das jetzt optional war. Das sah so final aus. Mit diesen leuchtenden Schlangen und sowas. Hab ich ein bisschen irritiert. Ist wirklich gar nichts. Okay, das ist wirklich nur eine Abkürzung runter. Na gut, gehen wir weiter. Ich weiß, wir haben viel Zeit verschwendet jetzt in diesem Part. Allein, wenn ich das Monster mal wieder dann hier mit ihm hin und her gelaufe. Deswegen ist es auch ein bisschen länger geworden. Aber wenn wir jetzt zu Rodin sind, machen wir auch Schluss. Gut, Punkte eingesammelt, muss man ja sagen. Gerade durch unser doofes hin und her laufen. Aber das nehmen wir auch noch mit. Okay, gut. So, hier. Okay, gut. Haben wir. So, dann werden wir hier und gucken uns das an. Ob wir da was kaufen können. Dann gehen wir hier hin, wo die ganzen Kratzer an den Wänden sind. Aber das ist zumindest Wasser wieder. Was haben wir da vorne gegraben, wenn hier wieder Wasser ist? Egal. Wir waren Schluss und bis zum nächsten Mal. Ciao.